Grüß Gott und Willkommen bei Glaubenskompass. Der Apostel Paulus warnt in seinen Briefen oft vor gottfeindlichen Mächten, die den Menschen von Jesus Christus fernhalten und von Gott abbringen wollen. Auf der anderen Seite gibt es den Heiligen Geist, der das Herz des Menschen für Gott öffnen möchte. Schon die ersten Christen kannten Regeln, mit denen sich die Geister unterscheiden lassen. Über die wichtige Fähigkeit der Unterscheidung dieser Geister möchte ich heute sprechen mit dem Theologen Michael Pies. Herzlich Willkommen bei Kirche Not, Herr Pies. Hallo und guten Tag, Herr Niegewöhner. Herr Pies, Geister, die um uns herumschwirren, die die Welt durchschreiten, das klingt ja alles ein bisschen unglaublich, es klingt metaphysisch. Wie können Sie als Theologe das beschreiben, damit man es auch als Normalsterblicher verstehen kann? Ja, leider ist es ja so geworden, dass viele Menschen diese Geister, ob nun gute oder schlechte Geister, ignorieren und nicht mehr wahrhaben wollen. Wir sehen nur das, was wir sehen können, alles andere spielt keine Rolle mehr. Wenn wir aber uns einfach nur auf die Worte der Bibel verlassen, die Heilige Schrift, dann wissen wir, dass nicht nur auf dieser Erde ein Kampf zwischen Gut und Böse stattfindet, wir sehen das ja Tag für Tag, sondern auch in der nicht sichtbaren Welt ein Kampf zwischen Licht und Dunkel. Und das besteht nun mal aus Geistern. Also man spricht ja auch von Geisteskampf und da erinnere ich mich so an meine Jugendtage, da gab es ja oft diese Comics, wo einem ein Engelchen etwas ins linke Ohr geflüstert hat und ein Teufelchen etwas ins rechte Ohr. Kann man sich das vereinfacht gesagt ungefähr so vorstellen? Ich denke, das ist eigentlich ein vernünftig, ein klassisch gutes Beispiel. Der Mensch hat einen freien Willen, hat eine Entscheidungsmöglichkeit und bei jeder Entscheidung kann er sich für eine gute Entscheidung entscheiden oder für eine schlechte. Es gibt die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, die Gott wohlgefällig ist und es gibt die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, die Gott nicht gefällt. Eine wichtige Rolle dabei spielen die Engel und das ist ja für einen rational denkenden Menschen auch etwas ziemlich Anstößiges. Ist der Glaube an Engel eigentlich biblisch zu begründen? Warum denken wir, dass Engel anstößig sind? Weil wir irgendwie den Glauben an diese Engel und das, was in der Bibel steht, verloren haben. Wenn wir jetzt sagen, dass die Bibel die Heilige Schrift ist, die von Gott offenbarte Heilige Schrift, dann müssen wir einfach anerkennen, in der Bibel gibt es über 300 Stellen, wo Engel auftauchen. Entweder glauben wir das, was da drin steht oder nicht. Und was wäre zum Beispiel die Verkündigung der Geburt von Jesu ohne den Erzengel Gabriel? Wie wäre das vorstellbar? Der ist Teil dieser Verkündigung und die Engel sind Teil der Bibel. Auch wenn wir sie hier mit unseren Augen natürlich nicht sehen können. Also wenn wir jetzt mal annehmen, Engel gibt es, dann gibt es andererseits auch den Teufel, der, wie es in der Heiligen Schrift heißt, wie ein brüllender Löwe umhergeht, um die Menschen verderben zu wollen. Wie kann ich mich denn jetzt gegen diese bösen Einflüsterungen des Widersachers wappnen? Wenn wir in der Nachfolge Jesu leben, wenn wir Glauben an Gott und die Heilige Dreifaltigkeit, wenn wir die Kirche nutzen, haben wir damit quasi alle Möglichkeiten, um uns zu schützen. Aber das Wichtige in unserer heutigen Zeit scheint mir zu sein, den Menschen erstmal klar zu machen, dass dieser Satan tatsächlich existent ist. Wir reden ja gar nicht mehr über ihn, er ist ja nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, der größte Sieg, den Satan jemals gehabt hat. Man redet nicht mehr über ihn, aber er ist genauso existent wie Gott. Und von daher ist er ständig eine Gefahr für uns. Er ist existent, sagen Sie, und er ist intelligent, eine intelligente Macht, sagt man immer. Kann man das so beschreiben, dass er immer wieder nach den Schwachstellen des Menschen sucht? Er ist hochintelligent, würde ich mal so sagen, und seine Hauptintelligenz besteht darin, sich zu tarnen. Aber sein Hauptziel ist es eigentlich, die Menschen vom Weg zu Gott abzubringen. Das ist der Weg des Lichts, den wir gehen können, den Gott uns offenbart hat. Die Tür ist offen, aber er wird mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln immer wieder versuchen, uns von diesem Weg zu Gott abzubringen. Sie haben das Stichwort Versuchen schon genannt. Man nennt den Teufel ja auch den Versucher. Und das ist ja auch ein geflügeltes Wort in unserem Leben. Welche Rolle spielen Versuchungen in diesem Zusammenhang? Ich denke, wir können bei dem Wort Versuchung auch mal kurz auf das Vaterunser zu sprechen kommen. Führe uns nicht in Versuchung. Mit anderen Worten, lass uns nicht immer wieder in Versuchung geraten. Der Versucher ist da, wir müssen damit klarkommen. Und es gibt immer wieder Lebenssituationen, wo wir vielleicht eine tolle, gottwohlgefällige Entscheidung treffen können. Aber die Versuchung ist da, etwas anderes zu machen, was ihm nicht wohlgefällig ist. Er ist ständig präsent. Oft ist es ja so, dass wir etwas tun, was wir gar nicht tun wollen. Denn als Christen wissen wir ja eigentlich, wir kennen die Gebote. Wir wissen, was uns erlaubt ist und was nicht. Haben Sie ein Beispiel dafür, dass man so in diesen Strudel geraten kann? Ich denke, wenn man sich fest auf das Leben der Kirche und auf Gott verlässt, verhindert das nicht, dass man in diesen Strudel gerät. Man kann zum Beispiel sonntags morgens anstelle der Kirche sagen, ach, eigentlich möchte ich doch lieber Tennis spielen gehen. Oder morgen würde ich gerne die Kranken in der Gemeinde mal besuchen, aber eigentlich gehe ich doch lieber ins Kino. Es ist immer wieder die weltliche Versucheseite, die uns versucht abzubringen von diesem Weg. Die ist ständig da. Wir können aber mit unserer Freiheit, unserem Verstand immer wieder die richtige Entscheidung treffen. Nur Heilige wurden genauso versucht, obwohl sie wirklich ein gottwohlgefälliges Leben geführt haben, wurden sie genauso versucht wie wir. Das gehört einfach dazu. Das ist die persönliche Ebene. Gibt es diesen Bereich der Versuchung auch im Gesamtzusammenhang des kirchlichen Lebens? Natürlich. Im Bereich des kirchlichen Lebens würde ich sagen, die Distanz zu den Zehn Geboten. Wir haben die Zehn Gebote, wir wissen, was die Zehn Gebote sind. Und die Welt entwickelt sich im Moment in dem Bereich Versuchung, sich von diesen Zehn Geboten zu entfernen, die zu ignorieren und die nicht mehr ernst zu nehmen. Oder die Versuchung, den Text der Bibel, siehe Engel, nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist eine große Versuchung, die von der anderen Seite kommt. Und das wird uns jetzt verkauft als Modernisierung. Also Sie wollen sagen, wir haben gewissermaßen den Kompass für unser Leben. Aber er ist uns ein bisschen weggenommen worden, weil viele sagen, naja, ob das alles noch heute so gültig ist. Stichwort Relativismus. Ist der Relativismus die große Gefahr in diesem Zusammenhang der Unterscheidung der Geister? Ich denke, dass der Relativismus eine der größten Gefahren ist, die wir überhaupt im Moment haben. Diese Sachen zu relativieren, verhältnismäßig zu bezeichnen, rücken in diesem Punkt aber von Gott weg. Wenn wir sagen, die Vernunft, die Vernunft gibt uns aber ein, das und das zu tun. Seid doch vernünftig. Seid nicht so kirchlich-katholisch. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist eine Versuchung, uns auf die falsche Seite zu führen. Wir haben Gott. Wir haben die Kirche. Aber Relativismus und damit verbunden, alles gut zu heißen, was die Menschen in der Gesellschaft machen, das kann es nicht sein. Kann man das so ausdrücken? Gott ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, während von Menschen gemachte Gesetze und auch Ideologien sich immer wandeln. Gott ist immer derselbe. Gott ist die Wahrheit. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sind dabei, in einer Gesellschaft zu leben, wo Gott keine Rolle mehr spielt, wo Gott ignoriert wird. Und je mehr Gott ignoriert wird, umso mehr kommt dieses relativistische Toleranzdenken ins Spiel, dass alles gut heißt, was eigentlich aber nicht gut ist. Also muss der Mensch sich folglich entscheiden, ob er ein Geschöpf Gottes sein will, im Gehorsam auch, oder ob er alles selbst bestimmen möchte? Wir haben das ja in uns drin. Wir haben die Seele, wir haben das Gewissen, wir können uns für diesen Gott entscheiden. Wir müssen zurückspüren, dass er da ist. Aber wir haben es natürlich sehr schwer in einer Gesellschaft, wo Gott quasi ignoriert und geleugnet wird. Aber ich denke, es ist unsere Aufgabe, da auch mal Mut zu zeigen, welchen Weg man gehen muss. Was folgt aus dem Gesagten für das Gottesbild? Wer ist Gott? Gott ist die Liebe schlechthin. Gott hat uns als sein Abbild, als sein persönliches Abbild geschaffen. Jeder Einzelne von uns. Jeder Einzelne ist ein persönliches Abbild von Gott. Und er bietet uns quasi mit diesem Leben die Liebe an. Wir können uns in Freiheit entscheiden, diese Liebe anzunehmen. Und ich denke, wir sind es schuldig, ihm diese Liebe zurückzugeben. Oder wir machen zu und sagen, nee, ich brauche diesen Gott nicht und führe mein eigenes Leben. Und wenn ich mein eigenes Leben führe, ohne Gott, ohne Heiliger Geist, ohne die besagten Engel, führt das unweigerlich zu einem extrem dunklen Leben. Wir Christen sind aber nach Matthäus 16, Vers 3 auch dazu aufgerufen, die Zeichen der Zeit zu erkennen, so wie es heißt. Was ist damit genau gemeint? Muss ich schauen, was in der Welt los ist und mich danach richten? Oder muss ich das vor allem in einem anderen Hintergrund sehen? Ich denke, der Bibel ist öfter darauf hingewiesen, dass wir auf die Zeichen der Zeit achten sollten. Und wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, dass die Welt ein bisschen aus dem Ruder geraten ist. Dass da keine Linie mehr erkennbar ist. Dass alles ein bisschen durcheinander geraten ist. Das kann vielen, auch gläubigen Menschen, Angst machen. Es kann aber auch dazu führen, dass man sagt, komm, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben diesen Kompass, wir haben die Zehn Gebote, wir haben Jesus Christus und die heilige katholische Kirche. Lasst euch von dem, was die Welt da gerade präsentiert, nicht aus der Ruhe bringen. Er ist bei euch. Sie haben gerade schon die Kernaussage des Christentums zusammengefasst. Gott ist die Liebe. Heißt das im Umkehrschluss, Gott ist immer lieb? Oder hat er auch so andere Erziehungsmittel, die auch mal etwas strenger ausfallen können? Gott ist und bleibt die Liebe. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber wenn jetzt solche Sachen, wie wir sie gerade erleben, passieren, Naturkatastrophen oder sonst was, heißt das nicht, dass er diese, in Anführungszeichen, Strafen schickt, sondern er lässt sie zu. Es ist halt ein Punkt erreicht, wo die Welt halt das kapieren muss. Gott lässt das jetzt zu, um die Menschen vielleicht auf den richtigen Weg zurückzubringen. Er ist die Liebe. Er ist kein strafender Gott. Aber es gibt halt Optionen, die zu dem führen, was wir gerade in unserer Welt und Gesellschaft sehen. Und was bleibt, ist natürlich die menschliche Freiheit, die menschliche Verantwortung. Und der Mensch hat immer bis zu seinem letzten Atemzug die Möglichkeit, zu Gott Ja zu sagen. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Kirche in Not. Ich danke Ihnen, Herr Nigeböhner. Ihnen daheim danke ich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Ade. Bis zum nächsten Glaubenskompass. Unsere Schriftenreihe Glaubenskompass können Sie kostenlos über unseren Shop bestellen. www.glaubenskompass.de Meistermejt3hev Kat, Schriftweinweb pitchf Jessiera Geistreinweb Ausitung.ist Andere Säleinweb Untertitelung des ZDF für funk, 2017